dann geht er hinten zu dem fehlgegen turm leicht rechts von uns wir gehen wir gehen weiter rechts wir gehen vielleicht ganz rechts kommen wir noch auf ja kommen wir noch sind wir alleine das grüne buch ja das bleibt oben gegen das blaue feld runter du musst dich mal beschäftigen ich habe noch kein blut ich kann überhaupt nichts machen hier groß weil der eine schon hier atomic punch hat oder so eine scheiße ich habe das alles was ich hätte nehmen können habe ich weggeschmissen er ist runter beide sind runter ich habe dir geholfen also nur fürs protokoll ich habe dir geholfen ja du warst nicht alleine da ich war hinter dir okay ja jetzt war weit entfernt aber ich war hinter dir kommen wir hier kommen wir das zeit clown nehme ich nur mit durch flieger packen auch noch ein ja 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 ich bin da der moment die hat mich geschlagen und die zonen Und die Zone. Einer ist down. Entschuldigung. Keine Ausdauer mehr. Hier oben ist noch einer. Ja, ja, den habe ich da gerade hochgeschickt. Er hat erst mal einen Kiki gekriegt. Schönes Ding. Ich könnte ja mal essen, solange wie du den verbrüllst. Down. Nur down? Oh, was habe ich denn auf der 1 hier? Ja, Schmutz. Schmutz habe ich auf der 1, Mama. Lass uns kurz warten, ob dein Team mitkommt. Ja, ich wollte nur hier oben einmal gucken. Oh gut, ich habe Meditationen. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wo soll der sein, der Teammate? Weiß ich nicht, wenn er den überhaupt wiederholt. Okay, er ist K.O. Der hatte vielleicht an einer anderen Ecke der Stadt Probleme. Und das darf nicht sein, denn das ist mein Gotham. Hier Stress. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Wo ist Stress? Ähm... Na, da unten ist einer. Kann man eigentlich auch pingen? Ja, die müssen sowieso wandern. Irgendwie, ja, aber keine Ahnung. Hä? Die müssen sowieso wandern. Oh nein, sie laufen da hinten lang. Warum? Schade. Ja, der hat nicht gereicht. Ich habe gehofft, dass sie bei uns lang kommen. Ja. Ich wollte hier noch einen Kack spüren. Der war sauber, der war sauber. Vorsicht an mich. Oh, Hilfe. Oh, ihr habt keine Aussage mehr. Up and down. Nice. Du machst das. Du machst das richtig gut. Er ritt weg. Oh, hier sind ganz viele. Da hat auch einer gewisses Mist. So ein bisschen aufpassen. Habt noch einen down. Sein Mate ist wieder da. Hab ihn noch auf den Hinterkopf gehauen. K.O. Nice. Oh, oh. Ist down. Oh, oh. Das tat weh. Also, wir sind zu viele. Nein, 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 nein. Wir haben da ein bisschen eklig. Ich will da ein bisschen gefährlich werden. Ich hab einen gedownt. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt sind Thomas verrückt. Hab einen gedownt. Hab ihn eine verpasst. Ich geh im Karo. Nein. Ich geh mal was essen. Hab sonst ein leichtes Problem. Wer? Du? Nein. Nein, nein. Gegner. Hier ist noch Hähnchen. Ja. Haben wir denn hier noch für Bücher? Äh... Die Tonne wird kleiner. Lass uns schon mal rufen. Jaja, ich hab nur noch kurz was mitgenommen. Ich brauch noch ein paar Tränke. Oh, hier ist einer. Ja. Da ist er hingefallen. Der hat halt so brutal aufs Maul gekriegt, ne? Voll in die Ecke gedrängt und zusammengeschreihen. Der kann eigentlich auch direkt ins Deinstallieren. Hehehe. Das war... Das war schon sexy, also... Möchte ja nicht voreingenommen klingen, aber ich war schon ziemlich heiß eben gerade. Einer ist hier grad irgendwo in den Haus geklettert. Hehehe. Einer ist hier grad runtergefallen. Oh nein. Was dann? Ah, hab ihn nicht mitgenommen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hinter dir. Ah, da. Ja. Oh! Hm. Was hat er? Giant Swing hat er dabei. Äh... Hier ist noch ein Lebensspot. Oh ja. Den könnte ich mir mal snacken. Oh. Der war nicht gut. Oh. Achtung, sind die mit. Ja, ja. Er ist halt voll auf dich gezielt, ne? Meiner! Er ist down. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und er ist down. Da weg. Oh, die haben so kassiert, aber so kassiert. Hat er noch zwei? Ja, ich muss erst mal essen. Entschuldigung. Da hab ich mich eingemischt. Und nein, er hat mich geschubst. Die machen dich halt schon fertig. Er macht mich fertig. Er macht mich fertig. Hat sein Kumpel down. Du machst ja nix. Oh, schönes Ding. Oh. Ein Team noch. Ja, ja. Ist auch bei uns. Lass uns irgendwo hochgehen. Lass uns hochgehen. Obwohl. Sohn ist klein. Oh. Da hat er aber ein bisschen gekriegt. Nein. Ah. Das ist nicht gut. Ich werd geultied. Ja, ich hab auch geult. Geht. Nebst du wieder? Danke, danke. Okay, ich war's hier unten. Ich snack ein Hähnchen. Okay, ich komm hoch. Lass uns runtergehen. In die Zone. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja. Außerhalb der Zone erstmal so richtige Punchline, ey. Punchline in dein Gesicht. Der war gut. Die Zelle. Die Zelle. Die Zelle. Sie später. Bei mir. Die Zelle.